Raumschiff GameStar fliegt wieder. Und alles ist so schön bunt hier. Earth & Beyond sieht aus wie eine hübsche Weltraumsimulation, ist aber die neueste Alternative im Genre der Online-Rollenspiele. Wie es sich für ein Rollenspiel gehört, beginnt Earth & Beyond mit einer Runde Berufsberatung. Für ihre Karriere in der Zukunft stehen sechs Klassen zur Wahl, die sich durch Talentspektrum und Raumschiffe voneinander unterscheiden. Dann ab in die Umkleidekabine, denn Aussehen und Outfit unseres schneidigen Helden lassen sich im Detail festlegen. Für jede Heldenkragenweite gibt's die richtige Weltraummonstersorte, um Kampferfahrung und Beute zu sammeln. Die Gegner schwärmen gerne in Gruppen aus, was sich auch für menschliche Spieler lohnt, bis zu sechs Piloten bilden eine Schiffsparty und ernten dafür diverse Boni. Was tun, wenn der Schutzschild auf dem letzten Loch pfeift und eine Monster-Großfamilie attackiert? Tarnung aktivieren und den Gegner ein Wrack vorgaukeln. Bei Earth & Beyond geht es erfreulicherweise nicht nur ums Kämpfen. Sie können auch Credits und Erfahrungspunkte verdienen, indem sie Elite-mäßig Handelsrouten abklappern. Der Nachrichtensender im Saturn-Sektor hat zum Beispiel kostbare Drucksachen, die zur Erdstation geschafft werden müssen. Ach, wir können die Gamestar-Abonnenten unmöglich warten lassen. Mit Warp-Geschwindigkeit brettern wir zum Sternentor, das uns in die nächste Zone befördert, denn der Weg zur Erde führt über einen Asteroiden-Raumsektor. Ein Viertelstündchen später haben wir unser Ziel erreicht, drängeln uns durch den Bazar der Erdstation, wo es zugeht wie am verkaufsoffenen Samstag vor Weihnachten und verkaufen das kostbare Printmedium für einen netten Profit. Wenn ihr Charakter das Prospect-Talent beherrscht, können sie sich etwas Kleingeld durch Rohstoffbaggern an Himmelskörpern dazuverdienen. Aber dabei immer schön aufpassen. Hm, die interessanten roten Pünktchen sind Raumpiraten. All systems offline. Initiating emergency life support. Earth & Beyond demonstriert eindrucksvoll, wie die nächste Generation der Online-Welten auszusehen hat. Leicht zugänglich, spielerisch abwechslungsreich und totschick. Man sieht sich demnächst in dieser Galaxis.